Haben Melanie Müller und Mike Blümer etwa eine offene Ehe geführt? Pikante Aussagen der Ballermann-Sängerin entfachten die Gerüchte. Nun bezieht ihr noch Ehemann-Stellung dazu. Was sie im Promi Big Brother House noch versucht haben zu kitten, ist nun wohl endgültig aus und vorbei. Im Bild-Interview hat Melanie Müller, 33, kürzlich verraten, dass sie die Scheidung von Mike Blümer 54, eingereicht habe. Das ist aber nicht die einzige pikante Aussage, die sie getätigt hat. Die Ballermann-Sängerin deutete zudem an, während ihrer 14-jährigen Beziehung auch andere Personen gesehen zu haben. Schnell wurden Gerüchte um eine offene Ehe laut. Jetzt äußert sich ihr Ex. Melanie Müller, Ex-Mike Blümer und andere Männer? Ich glaube, Mike hat die Leine etwas zu lang gelassen. Da sind zu viele Sachen passiert, offenbart Melanie angesprochen von Bild auf die Fremdgeh-Gerüchte aus der Vergangenheit. Mir wolle sie aus Selbstschutz aber nicht preisgeben, dementiert die offene Ehe aber auch nicht. Nur eines steht fest, ein Zurück zu Mike gäbe es nicht. Meinen Kindern würde es auch gar nicht gut tun, wenn man sich nur noch streitet, kein Respekt mehr da ist, erklärt die Wahl-Malokinerin. Das Noch-Ehepaar habe Weihnachten nicht zusammen gefeiert. Mike ist viel eher damit beschäftigt, Umzugskartons zu befüllen, wie er kürzlich in seiner Instagram-Story zeigt. Er verlässt das gemeinsame Zuhause. Das sagt Melanies Noch-Ehemann Mike zu den Gerüchten. Nun meldet sich der zweifache Vater auf der Social-Media-Plattform erneut zu Wort und bezieht zu den Gerüchten Stellung. Blümer teilt eine Schlagzeile über die angeblich offene Beziehung und schreibt dazu, heute unter anderem von, M. einer offenen Ehe erfahren, inklusive nachdenklichem Emoji. Klingt nicht danach, als ob es für Melanies Noch-Ehemann eine Partnerschaft mit Freifahrtschein zum Fremdgehen gegeben habe. Was wirklich passiert ist, wissen wohl nur die beiden.